Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir unser erstes Manticore-Schema-Tar gefunden. Äh, Schema, das ist ja nur eins. Wir haben nur ein Manticore-Schema gefunden und zwar in dem ehemaligen Gefängnis, das hier ganz in der Nähe war. Und danach waren wir hier noch in dieser Höhle und haben mit den, äh, beziehungsweise haben drei Brüder mehr oder minder wieder vereint, die, ähm, ja, irgendwie eine Brennerei aufmachen wollten. Es ging irgendwie um Alkohol. Und in dieser Folge wollen wir ein bisschen weitermachen. Wir haben gar nicht mehr so viel, hab ich gesehen. Hm, wir waren, wie gesagt, hier waren wir. Hier würde ich gerne noch vorbeigehen, hier würde ich gerne noch vorbeigehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder in Buclair. Hier gibt's theoretisch auch noch was, müssen wir mal gucken, wie wir da weitergehen. Aber dann sind wir hier in dem Teil schon mal fertig und dann können wir uns nämlich daran machen, mal Buclair so ganz genau auch ein bisschen anzusehen und mal zu gucken. Da haben wir auch noch was zu tun. Und ihr seht schon, ich hab hier schon wieder was ausgewählt. Und zwar gibt's hier ganz in der Nähe einen Teil von dieser Vermentino-Sache, wo wir ja das Vermentino-Weingut von allen möglichen Problemen befreien sollen. Und, ja, ich würde einfach mal sagen, das machen wir dann auch gleich mal. Ich will bloß mal ganz kurz gucken. Hier sollen ja beim letzten Mal diese Jäger hergekommen sein, ne? Die hatten hier ihr Lager. Ich wollte bloß gucken, ja gut, da liegt auch was Gejagtes. Ich frage mich, wo die jetzt sind. Wahrscheinlich sind sie wieder auf Jagd. Naja, wer weiß. So, und dann machen wir uns mal da hin auf. Gucken wir mal, was wir da klären können. Und dann machen wir weiter in die Richtung, in die ich eigentlich, äh, beziehungsweise mit den beiden anderen Sachen, die ich noch ganz gerne mitnehmen wollte, die ich mir noch ganz gerne angucken wollte. Und dann, wie gesagt, sind wir ja schon fast in Buclair. Ja, nebenbei mal gucken, ob man vielleicht irgendwo noch das ein oder andere vielleicht mitnehmen kann. Hier ist gerade ein bisschen schlecht mit Reiten, habe ich das Gefühl. Sorry, Plötze. Ich glaube, hier mache ich mal lieber per Fuß weiter. Hier ist das Gelände ein bisschen unwegsamer, habe ich das Gefühl. So, ganz hier in der Nähe soll es aber schon sein. Ach, guck mal. So. Wow. Oh, da kam direkt was hinter mir. Eine verlassene Stätte. Ja, dann komm mal her, du blödes Mistvieh. Ich nehme das Igni, denke ich. Na? Wo bist du da hinten? Okay, Alter, hier sind auch die Toten. Das Einzige, wo ich, glaube ich, auffassen muss, sind tatsächlich diese explodierenden Sachen. Die ganzen anderen Sachen sind ja bei denen echt nicht so schwer, wenn die Teile hier explodieren, weil die machen richtig viel Schaden. Warum auch immer. Ob das einfach nur, ich weiß nicht, ob das einfach nur die, äh, welche Richtung, ob das einfach nur, okay, das heilt mich ja nur. Das ist ja schön, wenn du das machst. Ach, da bin ich irgendwie, irgendwie bin ich immer zu früh. So, aber es scheint nur eine Pflanze zu sein. Das da, diese Explosion, auf die muss ich aufpassen. Alles andere von diesen Art, ist ja eigentlich recht safe. Da kannst du mich gerne treffen. Irgendwie will die aber auch nicht brennen. Ja, jetzt habe ich mal das Timing hingestickt. Sehr gut, und das war es auch schon. Und das war tatsächlich auch schon alles hier in der verlassenen Städte. Sehr schön. Das finde ich ja ganz gut, muss ich sagen. Dann warten wir mal, bis die Leute zurückkehren. Und dann können wir mal gleich gucken, ob es hier irgendwas noch zu holen gibt. Aber ich denke mal nicht. Also, ich glaube nicht, dass hier ein Händler zurückkehrt, um ehrlich zu sein. Jetzt arbeiten sie auf jeden Fall wieder. Ja, Vermentino haben wir jetzt sogar schon zwei Sachen geschafft damit. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Und hier, falsche Zähne, die will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Ich will lieber gucken, der Brief an eine Geliebte, was es damit auf sich hat. Meine geliebte Melanie, ich schreibe dir diesen Brief und sauge dabei die letzten Strahlen der Sonne auf, die langsam hinter dem riesigen Gipfel der Gorgel untergeht. Dieser Brief wird nur kurz, aus zweierlei Gründen. Erstens ist es schon bald zu dunkel zum Schreiben und zweitens habe ich wichtige Pflichten zu erfüllen. Frau Mathilde hat mir befohlen, mich um die Sicherheit des neu angelegten Weinbergs am Pavonahang zu kümmern. Ich muss sehr wachsam sein, denn auf Vermentino gehen in letzter Zeit üble Dinge vor. Wenn es nicht die Banditen sind, dann sind es diese gelben Monsterparasiten. Ich werde hier einige Zeit verbringen und mich nach dir sehen, meine Liebste, wie eine Weinrebe nach der Berührung der lebensspendenden Sonne. Für immer dein Laurent. Oder für immer dein Laurent. Naja gut, dann haben diese Parasiten hier erwischt, glaube ich. Na gut, der Rest des Vermentin, der Vermentino-Sachen ist, glaube ich, hier ein bisschen zu weit weg, darum kümmere ich mich nicht drum. Ach, guck mal, hier ist direkt was nördlich von unserem Wein. da können wir theoretisch ja mal lang gucken. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wieder ab in Richtung Westen. Wieder da hin zurück. Warte mal, die habe ich ja noch gar nicht ausgenommen, die gute. Ich nehme es mal mit, im Notfall kann man es immer verkaufen. Wenn wir dann irgendwann die Großmeister-Sachen oder auch die Manticore-Sachen herstellen wollen, brauchen wir ja ein bisschen was. So, in die Richtung will ich jetzt und was ist das dann? Ach, das ist ein Lux. Damit muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Wieder in Richtung Westen und gucken, da sollte es theoretisch, ach, da ist das, ist das das Lager? Oh, Alter. Der hat sich angeschlichen, der, das blöde Mistvieh, ey. Alter, habe ich mich jetzt verschreckt. Haha. Alter Junge. Komm mal klar. Was ist mit dir kaputt? Sag mal. Angreifen musst du dann aber auch schon mal. Ach, Alter, jetzt hat es mich ja verjagt. Haha. So. Meine Güte, ey. so, da war das Lager. Da waren wir ja gerade am Gucken und dann müssen wir, ich habe ihn ja noch gesehen. Ich dachte, jetzt bin ich ganz clever und gehe einfach an ihm vorbei und dann kommt der einfach von hinten, der Mistkerl. So, weiter in Richtung Westen, dann müssten wir eigentlich da hinkommen, wo ich hin wollte. Das Gebiet, was ich mir angeguckt habe, müsste ja wahrscheinlich auch am Wege sein. Das heißt, wir können jetzt mal wieder Plötze rufen, die hier oben sich lieber in einem Strauch versteckt, als zu uns zu kommen. Ist es das hier schon, wo ich hin wollte? Es sieht auf jeden Fall... Oder ist das das Gefängnis? Ich glaube, fast das hier ist das Gefängnis, oder? Wo wir schon waren. Da drüben war die Höhle. Ja, ich glaube, das hier war das Gefängnis. Diese Ruinen. Hier irgendwas? Ich glaube, hier waren wir auch tatsächlich. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Wir reiten mal weiter in Richtung Westen und gucken einfach mal, was das bringt. Da ist eine Palette und ein halbfertiges Bild. Warum malt da niemand? So, was haben wir denn da vorne? Hier haben wir einen Steckbrief. Hier habe ich schon irgendwas gehört gerade. Ich glaube, das ist ein Zyklop, oder? Äh, Zyklopen fielen unter. Ich meine, wenn ich es schon von hier sehe. Zyklopen, waren das Relikte? Nein. Oder was können die dann fallen? Ogroiden vielleicht? Ja, okay. Dann wisst ihr was, dann haue ich einfach mal das Ogroidenöl drauf. Ich meine, an sich... Ne, Moment. An sich würde ich das ja immer machen, aber oftmals wird man ja eher reingeschmissen in den Kampf. Da kann man sich nicht so super vorbereiten. Apropos Schwert, wie sieht denn das eigentlich aus? Inzwischen 81%. Das hält recht gut, aber es ist ja auch ein ganz besonderes Schwert, ne? Dieses Erondite. So, komm mal her, mein Freund, schon wieder eine verlassene Stätte. Na, mein Gott. So, dann komm mal her. Du Kleiner. Ist ja nicht so richtig groß. Oh, da hat er einmal einen Umstieg gemacht hier. Zack, zack, zack. So, schön wieder das Erondite aufladen. Ich glaube fast. Wow, wow. Das war knapp. Ich glaube fast, er ist tot, bevor ich das Erondite richtig aufladen kann. Was? Wie hat, wann hat denn der mich getroffen? Ganz kurz gerade. Ich merke gerade, dass ich Schaden gekriegt habe. Wann hat der mich erwischt? Na, ist ja auch egal. Jetzt ist er tot. Gut. So. Ach, und jetzt warten wir wieder, bis die Leute zurückkehren. Ach, das Warten danach ist immer so ein bisschen, naja. Also, was heißt, naja, ich meine, wir wollen natürlich warten, aber wir könnten ja auch weiterziehen. Irgendwann kommen die Leute schon zurück oder wollen wir sicherstellen, dass sich hier nicht ein neuer Zyklop ansiedelt? Ich meine, bei Banditen könnte ich das vielleicht noch verstehen, dass wir hier quasi warten, damit sich nicht neue Banditen plötzlich ansiedeln oder bei irgendwelchen kleinen Viechern, aber bei einem Zyklop. Oh, guck mal, ein Stück Schweinefleisch hier einfach mal reinziehen. So, gibt es jetzt hier wenigstens irgendwas Interessantes? Ist die große Frage. Irgendeine Kneipe oder so? Abgeschlossen. Esse ich noch ein Knödel? Gesundheit. Nö, aber ansonsten, ja gut, die Leute sind halt zurück, ne? Naja, von mir aus. Gut, dann jetzt haben wir wahrscheinlich diesen Teil hier, und dann wollte ich jetzt, jetzt geht es weiter in Richtung Süden. Wir könnten hier noch weiter in die Richtung, aber da scheint es dann nur woanders hinzugehen. Das heißt, ja, plötzlich, es geht weiter. Ja, es ist vorbei. Jetzt ab in Richtung Süden und dann, wie gesagt, geht es schon wieder ab nach Buclair. Da ist schon wieder irgendwas. So, der Weg hier führt nach Süden, den wollte ich, glaube ich, nehmen. Hauptsache, mich erschrickt nicht schon wieder so etwas. Was? Ach, guck mal. Ach, jetzt sitzt da auch jemand. Der ist wahrscheinlich auch, weil der Zyklo weg war, sicherheitshalber, äh, hat er sich da mal woanders hin begeben. So, ich denke mal in die Richtung müssen wir. Da waren noch irgendwelche Gebäude. Irgendwer soll da leben. Und das würde ich mir natürlich noch ganz gerne angucken. Vielleicht finden wir da mal einen Auftrag. Meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Aufträgen sind die bisher relativ knauserig. Ne, ich sehe nur Harpien. Na toll. Na gut, kümmere ich mich um euch mal auch noch. Mit Aufträgen sind die bisher recht knauserig. Ich kümmere mich erstmal um die Harpien und dann gucke ich mal, was da vielleicht noch ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da waren die früher, ähm, gab es früher deutlich mehr ein Monsternest. So, dann kommt mal her, Freunde. Wo seid ihr denn? Ich hole die am liebsten so runter. Da kann ich sie direkt erledigen, aber dazu müssten sie auch runterkommen. Da haben sie momentan keinen Bock drauf, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich die nicht erwischt, oder was? Ja, sagt mal. So, jetzt aber. Die da habe ich erwischt. Na Mist, ich kann sie nicht direkt erledigen. Boah, die halten ja zum Glück nicht viel aus, ey. Ah, jetzt sind sie alle gelandet. Selbst schuld. Ach Mist. Na gut. Dann halt mit dem kritischen Schaden weiter draufhauen. Und, komm schon, stopp, zack. So, Schaden erhöht. Die ist tot. Bleibt nur noch die da. So, jetzt bist du unten. Das war dein größter Fehler. Und dann hätten wir auch das erledigt. Aber gut, hier geht es ja eigentlich um, hier geht es ja eigentlich um das Monsternest, das ich gleich zerstören muss. Wo ist denn dein Zeug? Zack. Dann ziehe ich mir mal noch schnell einen Knödel rein. Und dann machen wir das Monsternest kaputt. Na, hier haben sie ja auch ordentlich gewütet, die Viecher. Ach, das ist oben, hä? Oben auf dem Dache. Die Habchen haben hier ihr Nest. Ryu kann Außenposten. Samuel Eides Notizen. Schauen wir doch mal. Vater drängt, dass ich bei den Arbeiten im Haus helfe. Bei seinem Genörgel werde ich meinen genialen Mechanismus niemals fertigstellen. Wenigsten unterstützt Mami mich und leiht mir ihren Spiegel. Zusammen mit den beiden anderen, die ich von meinem Ersparten gekauft habe, kann ich so testen, ob mein Gerät wirklich funktioniert. Doch zuerst will ich dem, der diese Zeilen liest, äh, Zeilen findet, den Anfang der Geschichte erzählen. Meine liebste, Alige Elise, Alige Elise? Meine liebste, oder sie heißt vielleicht so, Alige, keine Ahnung, klingt irgendwie ein bisschen komisch, lebt mit ihrer Familie in einem Anwesen, das in einem so tiefen Tal liegt, dass die Sonne zwischen September und März nicht zu sehen kriegt. In diesen langen Monaten müssen die Einwohner ständig in Zwielicht oder Finsternis leben. Doch diese ewige Tortur wird bald der Vergangenheit angehören. Meine Erfindung ist in ihrer Schlichtheit brillant. Ich werde auf einem der umliegenden Berge ein Spiegelsystem installieren, das die Sonnenstrahlen in ihr Anwesen lenken wird. Das war's. Haha. Es war's alles wert. Die langen, durchlernten Nächte in der Bibliothek der Kaiserlichen Akademie, als ich meine Kenntnisse in Arithmetik und Alchemie verfeinerte. Ich möchte meine Erfindung heute testen, doch Vater beschwert sich fortlaufend, dass meine neumodische Apparatur nur ein paar Elstern anlocken wird, die dann unser Anwesen vollkacken oder noch schlimmer, ein Schwarm Harpien. Immer muss er alles aus allem ein Problem machen. Ich warte, bis er in die Stadt geht, dann stelle ich wie der Blitz die Spiegel auf. Naja. Das hat ja gut geklappt. Und da unten lagen, glaube ich, auch Spiegel. Das sind dann wahrscheinlich die von seiner komischen Apparatur. So, warten noch mal, bis das Ding in die Luft fliegt. Sehr schön. Und dann nehmen wir hier mal noch was mit. Da unten lagen auf jeden Fall ein paar Spiegel, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hier liegt zum Beispiel einer. Hier liegen eine ganze Menge Spiegel. Hatte der nicht was von drei Spiegeln gesagt? Naja. Gibt's hier sonst noch was? was Interessantes. Wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch, okay, kann ich nicht, weil abgeschlossen ist, das Haus ausräumen. Aber ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber da vorne gab's irgendwo noch einen Weg nach oben. Da können wir ja mal gucken, was wir da vielleicht noch finden. Vielleicht gibt's da ja noch was Interessantes. Wir haben bald wieder ein Level up. Das finde ich doch schon sehr schön. Das funktioniert relativ gut, muss man sagen. Ah, das mit den, mit den Belohnungen ist hier noch nicht so doll. Ich hatte irgendwas gerade gehört. Irgendwas habe ich doch gerade gehört, dachte ich. Da. Was ist denn das? Ah, ist ein Bär, okay. Ne, aber hier oben, oh, hier oben ist eine ganz schöne Aussicht, muss ich sagen. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, war's das ja, oder sind wir soweit erstmal ganz gut durch. Und dann gucken wir uns jetzt Buclair an und diesmal, der Unterschied zum letzten Mal wird sein, ich werde diesmal, ähm, glaube ich, das Ganze ein bisschen sinnvoller angehen. Soll heißen, ich werde mir, naja, nicht direkt einen Plan vielleicht machen. Ich muss ja eh erstmal vom Berg runter her. Ich werde mir nicht, ach Gott, viel Schweine. Warte mal, wir starten beim Palast. Also ich werde versuchen, das Ganze so ein bisschen strategisch abzugehen, damit wir halt so halbwegs was finden und nicht irgendwie, ähm, oder damit wir halbwegs das meiste mitnehmen und nicht so kreuz und quer durch die Stadtrände am Ende. Weil das hat ja auch nicht, ist ja auch nicht ganz so sinnvoll. So, da vorne ist dann auch schon der Palast. Da werden wir anfangen, der befindet sich ja ganz im Westen von Buclair. Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Irgendwas ist doch hier noch. Achso, ein V. Ne, das meinte ich eigentlich irgendwas, was trampelt oder so. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ist das eigentlich das, ähm, ist das das Gewächshaus, in dem wir Militant fanden. Ja, das habe ich schon gemacht. Der Löffeldieb ist gefangen. Ne, ich glaube, das ist es nicht. Ich wollte nur gucken mal gerade. Es muss ein anderes Gewächshaus sein. Na gut, ab jetzt muss ich plötzlich am besten eh stehen lassen, weil ab jetzt will ich das Ganze ja wie gesagt ein bisschen cleverer angehen. So, hier haben wir den Palast von Buclair und da werden wir jetzt unsere ganze Suche mal ein bisschen sinnvoll angehen. Dafür müssen wir jetzt leider aber erstmal in Richtung Osten. Da ist die Stadt. Da möchte ich hin. Ich glaube, ich sollte unten lang. Da ist noch ein Gewächshaus. Das war es aber auf jeden Fall auch nicht. Es war auf jeden Fall ein Gewächshaus in den Gärten. Also in den Palastgärten. Das hier ist auch nicht das Gewächshaus, in welchem wir Militant fanden und das Biest von Buclair zum ersten Mal sagen. Es gibt es auf jeden Fall, kann ich mal sagen, ganz kurz, es gibt da theoretisch noch eine Kleinigkeit, die man mitnehmen könnte. Ist jetzt aber auch nicht so super, wenn wir mal ehrlich sind. Man kann da die Hasenmaske finden von Militant theoretisch noch. Ist aber ansonsten auch nicht weiter interessant. Schade eigentlich. Ich dachte, wir finden es jetzt direkt, aber na gut. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich denn hier aber jetzt ganz blöd? Ich will ja eigentlich nicht in die Palastgärten, ich will ja in die Stadt. Auf jeden Fall ist die Musik ganz nett hier. Ich will ja eigentlich in die Stadt, Freunde. Gehe ich vielleicht doch hier lang? Wo kommen wir denn hier hin? Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Huch. Ähm, okay. Hier ist ein Tempel. Da wollte ich auch nicht hin, aber auch interessant. Die haben hier ein Tempel direkt im Palast. Sag mal, ich gehe einfach durch die Gärten, was soll's. Na komm, gehen wir durch die Gärten. Was soll's? Vielleicht sehen wir ja dann doch noch ganz schnell das Gewächshaus. Ich kann ja mal gucken, ob ich's von hier schon sehe. Das da unten muss es sein, vermute ich mal. Sag mal, wie war denn der Weg nochmal da? Bin hier schon mal lang gegangen, aber ist auch schon wieder eine Weile her, ne? Und damals hat man weniger auf den Weg geachtet, weil man was zu tun hatte. Das da unten muss das Gewächshaus sein. Da spielt ein Kind. Ich glaube ja, das ist, das war ja auch am Hafen, also ich meine, wir waren ja auch glaube ich am Wasser. Dann direkt danach, das muss es sein, das sieht gut aus. Ja, hier haben wir sie. Die Hasenmaske. Meine ist zwar fast schon wieder ein bisschen traurig, wenn wir ehrlich sind, aber naja, gut. Ja, wisst ihr was, dann machen wir einfach. Ich meine, ich kann mich ja jetzt natürlich nicht ganz so stylisch rüber schwingen, wie das Geralt einst gemacht habe. Aber, obwohl, ich kann aber jetzt hier, ich muss eigentlich nur zu dieser Brücke da kommen. Da haben wir die Hasenmaske doch auch noch mitgenommen. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Um dieses Loch sollten die sich vielleicht auch mal kümmern. Na, ich weiß ja nicht. Gut, Toussaint liegt in der Gegend, wo eigentlich kaum Krieg ist, von daher. Ach, wisst ihr was, scheiß doch drauf. Ich wollte jetzt zu der Brücke, damit wir das alles ganz clever angehen, aber ich bin jetzt einfach zu blöd, um den richtigen Weg zu finden. Deswegen schwimme ich jetzt einfach. Mein Gott. Ich brauche doch hier auch nicht ewig rumlaufen. Im Palast. So, einmal ab ins kühle Nass. Da sind wir ja da rüber gesprungen, ich erinnere mich. Aber gut, dann fangen wir halt von hier an. Beziehungsweise, ich laufe dann von hier jetzt dahin, wo ich eigentlich hin will. Seide Lügard. So, ich will nämlich bei der Brücke da ganz gerne. Beziehungsweise, wenn ich jetzt eh schon in der Stadt bin, kann ich es auch anders machen. Dann können wir auch sagen, ich, obwohl, dann fangen wir hier die Brücke an. Oder wir fangen hier oben theoretisch an und arbeiten uns dann so langsam hier entlang. Beides möglich. Jetzt hatte ich gesagt, ich wollte das sinnvoll, ähm, hab da, wollte mir da einen sinnvollen Plan machen. Das wird jetzt am Ende doch nichts. Ich sehe das schon kommen. Es wird am Ende doch wieder ein mehr oder minder hin und her gerennen. Wir werden sehen. Wird schon irgendwie eine Möglichkeit geben. Oh, ja, das stimmt. Obwohl ich den Namen nicht so gerne mag, wenn ich ehrlich bin. So. Hier wäre die Brücke. Die Frage ist jetzt halt echt, wie will ich es angehen? Im Endeffekt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es halt wirklich von Norden nach Süden oder von Westen. Pass mal auf, dann machen wir es so. Wir machen jetzt hier den Teil. Obwohl, warte mal, ich will ja dann am Ende hier eigentlich raus. Fangen wir hier oben an. Wir laufen jetzt hier hoch und klären alles nördlich der Brücke. Das heißt, ich gehe jetzt hier diese Hauptstraße, gehe hier einmal so rein und kläre diesen ganzen Teil hier ab. Und danach gehen wir diesen unteren Teil ab. Wie gesagt, wir haben ja eh schon ein bisschen was gemacht. Von daher ist es nicht so wild. Ja, Miltons de Peracperon ist tot, aber ich meine, was soll's, ne? So, die große Frage ist, ich bin gar nicht auf der Hauptstraße, auf der ich sein wollte. Ich wollte doch alles erstmal nördlich von dieser Brücke machen. So, das hier ist die Hauptstraße. Sie sieht nämlich auch gleich viel besser aus. So, was haben wir denn da? Den Schneider, stimmt, bei dem war ich schon mal davor. Diesmal gehen wir auch rein, würde ich einfach mal sagen und reden mal mit ihm. Hey, du. Na, da bin ich ja gespannt. Gut, äh, schauen wir doch mal. mit größtem Vergnügen, Herr. Was hat er denn? Ach, der hat diesen Spaß. Das brauch ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Und diese hässlichen Masken hat er auch. Die sehen ganz geil aus. Die eleganten Buclair-Stiefel, muss ich sagen. Sind halt aber insgesamt recht schlecht. Also, ich muss sagen, die Buclair-Sachen sehen gar nicht so schlecht aus. Die Hose ist relative Standard-Hose, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich kann da keinen großen Unterschied erkennen. Ach, die Stiefel und das Wams, die sehen eigentlich gar nicht schlecht aus. Im Gegensatz zu den Nilf-Gradischen finde ich jetzt persönlich. Na gut, aber dann würde ich sagen, Runde Gwind. In Stimmung für eine Party Gwind. So, Skellige. Ich glaube, wir hatten dann die nördlichen, das heißt, Scoia-Tel sind mal wieder dran. Oh, er hebt meine Fähigkeit auf. Das finde ich nicht so geil. Deswegen kann ich jetzt trotzdem nur 10 Karten benutzen. So, Gegner soll natürlich beginnen. Ach Gott. Ach Gott. Das ist kein gutes Blatt. Viel zu viele Finden und Nebel. Ja gut, ich kann nur hoffen, dass er vielleicht den einen oder anderen Spion spielt, den ich mir dann mit Finte zurückholen kann. So, ich spiele erst mal die Bogenschützen, weil ich ja den Nebel habe. Der ist eigentlich sogar gar nicht so schlecht gegen Nilf-Grad, aber zum Glück spielt ja auch die Spione. Daher war das gar nicht so schlecht, dass ich Finden habe. da sind zwei Finden eigentlich dann gar nicht so schlecht, muss man sagen. So, will ich mir den gleich auch noch holen, dann hole ich mir den gleich auch noch. Dann habe ich die für die nächste Runde. Ich warte natürlich, bis ich die spiele, bis ich die ganzen Musterungskarten rausgehauen habe. auf jeden Fall. Wie wir wissen, so, selbst wenn er jetzt noch ein Spiel und spielt, ist es nicht so schlimm. Ich habe ja sogar noch eine Wiederbelebungskarte für den Notfall. Also, eine, ich habe vier. Oh, Willen Tretenmähert. Tja, Pech gehabt, den hättest du anders spielen sollen, mein Freund. So, ach komm, dann spielen wir die jetzt noch. Jetzt hat der Willen Tretenmähert eh rausgehauen, dann können wir die jetzt noch spielen. Jetzt kommen die Zehner. Die Frage ist, was jetzt? Ich könnte den Nebel spielen, aber ich würde dann ja auch neun Punkte verlieren. Bringt also momentan eigentlich noch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Ist die Frage, wenn ich jetzt den Spion spiele, ist er im Vorteil. Komm, dann lassen wir ihn mal noch eine Karte raushauen. Dann gewinnt er die Runde zwar. Kann man jetzt leider nicht ändern. Und gucken wir mal, wie er die nächste Runde macht. Er fängt auf jeden Fall schon mal relativ stark an. Das finde ich nicht ganz so schön. Holt sich Willen Tretenmähert sogar zurück. Okay, dann spielen wir auch eine Zehner entgegen, um ein bisschen zu kontern hier. Ah ne, Moment, das war ja gar keine Wiederbelebungskarte, fällt mir gerade ein. Das war ja eine Verstärkungskarte. War nicht ganz so clever, aber okay. Gut, dann holen wir jetzt aber welche zurück. Verwechselt, sorry. So, die kriegen dadurch ja ein bisschen Power. Und er passt. Okay, pass auf. Dann spielen wir noch einen. Und holen noch so einen zurück. Und dann gewinnen wir die Runde. So, und jetzt muss ich die Spione sinnvoll gespielt kriegen. Zack. Vielleicht aufs Gällen im Notfall verzichten. Yennefer. So, den hier kann ich ja auf jeden Fall spielen. Er holt wieder Willen treten. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich habe ja auch einen Willen treten. Mert. Vielleicht lasse ich Stefan Scallen sogar draußen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Was könnte ich denn zurückholen? Die sind alle nicht so stark gerade, muss ich sagen. Das Ding ist, ich will jetzt eigentlich auch noch nicht Willen treten. Mert spielen. Falls ich doch noch den Stefan Scallen spielen muss. Er hat nämlich echt schon ordentlich heftige Karten. So, wen holen wir denn mit Yennefer mal zurück? Ich bin mal hier für einen Gaunter. Ich gucke erst mal, was er noch so macht. Warte mal, dann spiele ich jetzt Willen treten. Mert. Er hat nur noch eine Karte. Entweder jetzt kommt was oder dann verbrennen. Okay, damit ist meine Zehner weg. Das ist nicht ganz so gut. Jetzt muss man schauen, wie wir es anstellen. So, Nebel würde ihm 5G weggeben. Jetzt wird es echt ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Moment kurz. Also, ich könnte Willen treten. Mert verdoppeln. Damit käme ich auf 25. Wenn ich den Nebel spiele, verliere ich drei Punkte, bin ich bei 22 und er 5 ist ja bei 24. Ich muss Stefan Scallen spielen und hoffen, dass ich was Besseres ziehe. Nö. Einfach nö. Ähm. Obwohl, warte, klar, doch, doch, doch. Ich spiele Milwa. Die ist ja keine legendäre Karte. So. Reicht zwar noch nicht ganz, aber ich habe das noch. So. Oh, war knapp. War doch knapp, gebe ich zu. Aber hat alles funktioniert. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir kriegen einen jungen Berserker. Na gut, wieder ein Berserker. So, dann schauen wir mal. Ich will jetzt, wie gesagt, ein bisschen den nördlichen Teil hier abgehen. Vielleicht auch mal so ein bisschen in die Gassen gucken. Mal schauen. Vielleicht finden wir da ja auch was Interessantes. Zum Beispiel hier können wir gleich hinab und mal schauen, was wir hier so finden. Mein Fahrzeugraum. Dann machen wir hier einmal die Runde rum. Dann sollten wir ja wieder bei der Brücke ankommen, wenn wir hier einmal die Runde rum machen. Guck mal, was haben wir denn da unten? Zum Beispiel. Da wird gebaut, so wie es aussieht. Nee, das ist einfach Pferdestall. Das sah nicht ganz so doll aus. Machen wir hier erst mal die Runde rum. Dann sollten wir ja wieder bei der, bei der Dingens ankommen irgendwann. Ein Lebemann ist auch so ein... Was ist denn hier? Ist das ein Restaurant hier? Ein Café? Der da ist ein Baguette. Entschuldigung. Ja, ein echter Hexer. So, jetzt wären wir theoretisch wieder bei der Brücke. Sind wir einmal rumgegangen. Dann kann ich ja jetzt diese Gasse vielleicht mal entlang gehen. Was macht der denn da mit seiner Armbrust? Ah, hübsches Bildchen. Und wo kommen wir jetzt? Ach, Maler. Jetzt kommen wir ganz nach oben. Guckt mal einer an. Oh, die Aussicht ist nicht schlecht. Gebe ich zu. Muss ich doch ganz ehrlich sagen, die Aussicht ist nicht schlecht. Aber leider auch hier keine Aufträge für uns. Ich meine, ja, wie gesagt, was will man erwarten? Ach, ich dachte gerade, was ist das denn? Aber da hängt nur eine Lampe davor. Wie man vor so ein Bild eine Lampe hängen kann, weiß ich zwar auch nicht, aber okay. Also ich meine, ich finde das irgendwie ein bisschen sinnlos. Dann brauche ich auch kein Bild aufhängen, wenn ich dann irgendwas davor hänge, oder? So, hier sind wir gerade runtergegangen. Dann können wir uns hier mal jetzt ein bisschen umsehen. Oh, warte mal, sind wir hier nicht bei der Bank? Das hier ist doch die Bank, oder? Da kann ich mal gleich, inzwischen müsste doch eine Woche vorbei sein. Ach, da steht er ja auch. Hast du einen Moment Zeit? Ja. Was denn? Hier ist dein Geld her. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Kianfanevi. Wir sind quitt. Eins noch. Der Rechenmeister? Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Da war ja ordentlich Geld drauf auf dem Konto. Bin ich ja gespannt, was ist denn der Rechenmeister? Oder wie stark ist der denn? Der Rechenmeister. Interessanter Name auf jeden Fall. So, jetzt sind wir im Prinzip aber ein bisschen, glaube ich, vom eigentlichen Weg abgekommen. Na gut, dann machen wir das doch, den La Grande Place als nördlichsten Punkt. Äh, als südlichsten Punkt. Ähm, oder? Bin jetzt gerade nicht sicher. Dann machen wir jetzt nach links und gehen hier übers Fassbinder-Tor. So, dann hätten wir die Sache auch gleich mal abgeschlossen. Guckt mal eine an. Dann haben wir das doch gleich auch mitgenommen. Unser Geld haben wir wieder. Alles im grünen Bereich damit. Was ist denn da überhaupt dran? Achso, das ist um das Quint-Turnier. Ich meine, äh, Quint-Turnier fehlen uns aber noch ein paar Karten für. Aber nicht mehr viele, meine ich. Müssten wir bald haben, glaube ich sogar. So, ist das hier das, das hier ist das Fassbinder-Tor. Dann gucke ich nur mal ganz kurz, was in der Ecke noch ist. Was in der Ecke denn noch ist. Aber ich glaube, hier sind nur die Stelle, wo ich gerade schon war, oder? Ja, so sieht man sich wieder. Okay, dann jetzt durchs Fassbinder-Tor. Komm mal ja doch ganz gut voran hier, muss ich sagen. Beziehungsweise, ich kann auch theoretisch mal ganz kurz hier in diese Gasse noch gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt, außer Leuten, die scheinbar in Scheiße getreten sind. Ich glaube, da sind Scheiße getreten. Und Mädchen, die im Brunnen spielen. Und hier sind wir, glaube ich, wieder beim La Grande Place. Also da drunter, da war, in der Kneipe waren wir auf jeden Fall schon. Ich weiß, dass wir da auf jeden Fall schon Gewinn gespielt haben. So, was haben wir denn hier drüben noch? Pass auf, dass du dich ertrinkst, so weit wie du reingehst, ey. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes, außer Wächter, die sich hier ausruhen? Ach, guck mal, hier werden, hier sieht's halt doch schon viel, insgesamt natürlich viel schöner aus, als in Novigrad, muss man sagen. Wobei Novigrad auf seine ganz eigene Art und Weise natürlich irgendwo beeindruckend war, wenn wir ganz ehrlich sind, ne. Aber so ne Sachen hatte man, so ne Sachen hatte man in Novigrad natürlich nicht. Alter, wie lange willst du dir noch die Scheiße da abtreten, Freundchen? Was ist ein anderer? Sag mal, hat da jemand diesen Scheiße-Haufen irgendwo hin, einfach hingelegt, damit die Leute da immer wieder reintreten? Oder was ist der Sinn von diesem Teil? Meine, das war ja jetzt wirklich, das war schon der Zweite, der in diesen Scheiße-Haufen getreten ist. So, hier geht's theoretisch zum, ja, da geht's theoretisch zum Turniergelände, das grenzt hier direkt an an Buclair. Ui, ganz ruhig. Aber ich meine, Hexer können sich ja eh nicht anstecken, von daher, kann der eigentlich husten bei mir um die Ecke. Oh, eine Betrunkene. Das schon mittags, schon voll betrunken, würde mir nie passieren. So, jetzt schauen wir mal, bleiben wir erstmal hier, ähm, ein bisschen weiter im nördlichen Teil. Und guck mal, irgendwo muss es doch, was guckt ihr denn da? Wie der Fluss da entlang fließt. Was für ein Verlust? Nicht klug genug, um seine Söhne richtig zu erziehen. Was? Er war nicht mal kalt. Da sind sie sich schon an die Gurge geschoben. Um wen geht's denn hier? Ich hatte nur eigentlich den Rivia gehört, aber, deswegen dachte ich jetzt die ganze Zeit, es geht um mich, aber als es dann um Söhne ging, also, ich meine, bei Tod kann man ja auch denken, dass sie dachten, Geralt von Riva sei tot. Das wäre jetzt nun nicht so seltsam. Aber als es dann um Söhne ging, war es doch schon etwas seltsam. Naja, hier gibt's scheinbar auch nur Leute, die ihrem täglichen Tagwerk nachgehen. Leider keiner mit einem Auftrag oder so. Finde ich ja schon ein bisschen schade. Auch nicht hier in den Feldern. Jemand in den Feldern, der Hilfe von einem Hexer benötigt. Vielleicht. Scheinbar nicht. Naja, gut. Meine ist besser für die Leute, schlechter fürs Geschäft. Wenn wir ehrlich sind. Schade. Also, wie gesagt, schade ist eigentlich böse, weil es ist ja besser, wenn die Leute eigentlich keine Monsterprobleme haben. Aber, wie gesagt, schlecht fürs Geschäft. Oh, guck mal, hier ist ein kleiner Markt. Das ist wahrscheinlich so eine Art Wochenmarkt hier für die etwas ärmere Bevölkerung. Wobei arm wahrscheinlich noch reich wäre, wenn man sie nach Novigrad oder so schicken würde, vermute ich mal ganz stark. Ah, guck mal, hier gibt's alle möglichen Sachen zu kaufen. Hauptsache, du bist nur ein Weinhändler und verkaufst theoretisch alles mögliche andere auch noch. Mhm. Wer will krank werden? Was? Komm zu mir! Billige Infektionen! Das ist auch mal eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, Bettler gibt's hier ja auch. Das ist auch mal eine Möglichkeit für einen, um für sich zu werben. Ja. Hier gibt's echt viele Bettler, muss ich sagen. Interessant. Also, Bettler gibt's auch hier, aber wie gesagt, der Unterschied ist wahrscheinlich die Lebenserhaltungskosten in Bouclair unterscheiden sich ja dann schon ein bisschen. Oh, ein Zuhälter, mhm, mit seinen Kortisanen. Äh, die Lebenserhaltungskosten unterscheiden sich ja dann wahrscheinlich in Bouclair und Novigrad ein bisschen, wodurch wir, ja, wodurch man nicht sagen kann, ob die Bettler hier nicht vielleicht, wie gesagt, insgesamt eigentlich reicher werden. So, dann gehen wir mal in Richtung Hafen jetzt. Irgendwo im Hafen sollen wir doch eigentlich auch boxen können. Wir waren, einmal waren wir im Hafen, das weiß ich, aber da haben wir den Boxteil nicht gefunden. Den würde ich ja schon ganz gerne jetzt noch mitnehmen. Dann haben wir wenigstens noch was aus unserer Rundreise hier geschafft. Meine, ich finde es ja ganz schön, dass wir das alles so weit mitgenommen haben. Hier geht es bloß wieder nach Bouclair. Ich glaube, diese Strecke bin ich schon mal lang gelaufen. Die brauchen wir jetzt nicht nochmal langlaufen. Das ist so der typische Weg. Irgendwo hier am Hafen soll es doch den Boxkampf geben. Den würde ich jetzt eigentlich noch ganz gerne finden, wenn ich ehrlich bin. Und ich will es mir extra nicht markieren, weil dann laufe ich nur dahin und gucke nicht, ob ich noch was anderes finde. Was macht ihr hier so? Ihr werft mit Dreck. Okay. Macht halt, macht das schöne Dach kaputt oder schmutzig. Interessante Bauweise auf jeden Fall. Ja, ja, der Husten. So, da ist schon wieder ein Zuhälter oder ist das der gleiche immer noch? Könnte auch sein, dass das der gleiche ist. Ich glaube, das ist hier sogar die Straße. Hier geht es nur wieder raus aus Bouclair. Was ist denn das da vorne für ein Häuschen? Da können wir ja aber mal ganz kurz hinschauen. Was ist denn das da für ein Häuschen? Ich meine, es gibt ja nicht nur in Bouclair interessante Sachen, sondern auch außerhalb. Ich meine, wenn das hier direkt ist, wahrscheinlich irgendein Weingut, oder? Ich dachte, ich dachte gerade, der Hund hätte plötzlich angefangen zu reden, aber dahinter war noch jemand. Und ich wollte schon sagen, okay, jetzt wird es seltsam. Hier geht es theoretisch auch runter. Hier sind noch ein paar kleine Häuschen am Hafen. Da werde ich mich auch gleich umsehen. Ansonsten ist das hier aber wahrscheinlich eher nur so eine Art Weingut. Ah, und hier haben wir einen Aufseher. Auch interessant. Ja, das stimmt wahrscheinlich. So, da sind wir jetzt auch am Hafen. Hier sieht es aber auch ganz nett aus, muss man sagen. ich habe dir Geld für Wein gemacht. Ach so. Das bezweifle ich ja dann doch. Doch sehr stark. Hm, nee, also ich bezweifle, dass ich mir Geld für Wein hätte leihen müssen. Ah, da oben ist das Hurenhaus. Guck mal. Da waren wir ja auf jeden Fall schon, das weiß ich. Ach, guck mal, da angeln sie. Ein Dockarbeiter, der sieht nicht so aus wie ein Dockarbeiter. So. Irgendwo hier müssen doch die Boxkämpfe sein. Verdammt, noch eins. Ach, und hier wird Fisch verkauft. Natürlich, ein Kaufmann, der Fisch verkauft. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich am Hafen angekommen. Wow. Nett. Manchmal ist es auch ganz lustig. Gab in Richard 2, glaube ich, auch in Flotsam, da hat es auch immer wieder eine Wache probiert, eine Kortisane rumzukriegen. War ganz lustig zuzuhören. Schön, dass es, äh, ja, hier auch wieder welche gibt, die, äh, die Leute abblitzen lässt. Alter, hier ist ja was los auf diesem Markt, ey. Hallo. Meint ihr? Alter, was hier los ist in diesem Hafen, ey. Echt nicht schlecht. Ich gucke mir mal den Fisch an. Oh. Ganz ehrlich, könnte man essen. Meine, wenn wir nicht viel, äh, viel zu viel zu tun hätten, hat er gerade gesagt, bin ich nicht irre, das so spottbillig zu verkaufen. Der typischste aller, äh, der typischste aller, äh, Marktsprüche, die ich, glaube ich, oder die man, glaube ich, so hört. Och, was haben wir denn hier? Altes Pamphlet. Was ist das denn? Liebe Boklera, wacht auf! Ihr werdet von einer herrschenden Elite hintergangen und für dumm verkauft. Ganz offen haben sie sich verschworen und euch um eure rechtmäßige Thronerbin gebracht. Die älteste Tochter des Herzogs sollte nach seinem Tod den Thron besteigen. Doch er hat euch an den Haaren herbeigezogenen Mädchen über irgendein Fluch aufgetischt und euch seine jüngere Tochter vorgesetzt. Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Zögert nicht. Rebelliert. Alle, die eine solche Behandlung sich und ihre Mitbürgern gegenüber nicht dulden, mögen sich bereithalten. Die rechtmäßige Thronerbin kann jeden Augenblick zurückkehren und wird dann unsere Unterstützung brauchen. Ein besorgter Bürger. Ja, die besorgten Bürger natürlich. Guck mal, da haben wir einen Schuhputzer. Ja, Schuhe putzen muss ich jetzt gerade nicht. Was haben wir denn da? Ach, Färbemittel. Sonst irgendwas noch? Ein besorgter Bürger. Ja, von besorgten Bürgern hört man ja immer ganz schön. Der ist wahrscheinlich einfach nur mit der Herzogin nicht zufrieden, mit der guten Anna Henrietta vermute ich mal. Aber nun gut. Ich laufe gerade noch so ein bisschen hier die Gassen ab, aber ich glaube, ich glaube, das Problem ist, hier am Hafen sind die Leute wahrscheinlich eh viel zu arm, um uns wirklich einen Auftrag zu geben. Kann das sein? Ich meine, hier leben die ja sogar zusammen mit den Schweinen und so weiter. Also nicht, dass ich was gegen Schweine hätte und so. Aber im Endeffekt, ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, gerade mit etwas schmutzigeren Tieren sollte man sich ja nicht gerade ein Zimmer teilen. Schon allein wegen Krankheiten und so, ne? So, jetzt sind wir, ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, gerade direkt wieder am gleichen Ort angekommen. So. Aber trotzdem, irgendwo hier sollen Boxkämpfe stattfinden. Ich bin mir 100% sicher, dass da was vom Hafen stand. Hier gibt es sogar ein Schiff. Vielleicht hat irgendwie ein Käpt'n was für uns. Ist hier ein Käpt'n irgendwo? Schön, dass man auch einfach auf das Schiff darf. Ne, schade. Hätte ja sein können, dass ein Käpt'n vielleicht den ein oder anderen Auftrag für uns hätte. Jetzt sind wir doch aber auch bald am Hafen durch. Das kann doch nicht sein. Irgendwo müssen doch die Öppachkämpfe sein hier. Vielleicht ist Hafen auch sehr weit gegriffen. Ich weiß nicht, wie weit der Hafen hier quasi zählt. Ah, okay. Das war jetzt kein interessantes, kein interessantes, ähm, Blatt, das da war. Ich glaube, das war wieder was vom Schuhputzer. Das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal gelesen. Entschuldigung. Kinder spielen ja aber auch immer auf den, auf den Straßen. Hm. Ansonsten schade. Ich bin gerade ein bisschen, oh, ich hätte mir fast gewünscht, dass wir vielleicht das ein oder andere Meer sogar noch finden. Das wäre sicher schön gewesen, aber so, naja, kann man das wohl leider nicht ändern. Ach, guck mal, hier gibt es wieder eine Färberei. Sehr hübsch. Die fand ich ja schon in Novigrad so super, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Färbereien sehen einfach super aus, muss ich sagen. Kleider färben. Was wir übrigens auch selbst können. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so richtig erzählt. Ich kann es ja eigentlich mal ganz kurz zeigen. Und zwar, weil ich das einfach noch nicht gezeigt habe. Man kann theoretisch Hexerrüstungen jetzt färben. Wir haben ja hier schon so ein bisschen Färbemittel gefunden. Und wir können im Prinzip hier gucken, wie das Ganze aussehen würde. Wir könnten zum Beispiel unsere Rüstung jetzt lila färben. Oder halt auch gelb. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, oder auch wieder entfärben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass grün ginge, glaube ich, noch. Aber ich finde die Rüstung eigentlich so, wie sie sind. Passen die schon. Da muss nicht noch irgendwie Farbe rauf. Ist aber natürlich ganz nett, dass wir das jetzt auch können. So, da geht es nur wieder zum Haupthafen. So, wo sind jetzt die verdammten Boxkämpfe? Hier war ich doch gerade. Und dann bin ich da lang gegangen. So, dann gehen wir jetzt hier rum. Diese Boxkämpfe, die müssen doch irgendwo sein. Verdammt noch eins. Gutes Verstecken. Du willst, dass wir uns in einem Spielzeugladen verstecken. Du bist ja bekloppt. Spielzeugladen? Der hier, oder was? Ach, guck mal. Schaukelpferd, Spielzeug und mehr. Ach, verdammt. Aber abgeschlossen. Wäre ja zu schön gewesen. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen. Ich habe noch einen Grund zum Leben. Keine Sorge, meine Gute. Ich brauche kein Rat von dir. So, hier muss es doch irgendwo die Boxkämpfe geben. Ich gucke vielleicht gleich doch nochmal nach, wo die genau waren. Weil scheinbar habe ich bei meiner ganzen Ablaufsache hier nicht die Box, alles, alles Mögliche gefunden. Bloß nicht die Boxkämpfe. Wollt ihr mich verarschen? Oder waren die Boxkämpfe erst das Finale, was man hier am Hafen, was hier am Hafen stattfindet? Ich gucke mal ganz kurz. Jetzt gucke ich doch mal. Hm. Wilder Wolf. So, lass mal sehen. Das ist so weit weg. So weit. Okay, hier ist doch nichts am Hafen. Dann war wahrscheinlich das Finale hier am Hafen. Dann würde ich aber sagen, gucken wir mal, ob wir, im Prinzip haben wir ja jetzt den Hafen so mehr oder minder abgelaufen. Ach hier. Ach guck mal. Ach, da gibt es direkt einen Händler für Farben, wo man auch die Farben kaufen kann. Sieh mal einer an. Hier könnten wir wahrscheinlich dann die Farben kaufen. So, ich wollte jetzt aber eigentlich gucken. Wir sehen jetzt im Prinzip diesen Teil hier mehr oder minder abgelaufen und da oben wäre ein Boxkampf gewesen. Wieso habe ich den nicht gefunden? Verdammt. Den Koloss. Ist das dann der Hafen? Moment. Bin ich da einfach straight dran vorbeigelaufen? Das kann doch gar nicht sein, Freunde. Das kann es nicht sein, ganz ehrlich. Wie, wie? Wo war denn denn, dass ich da so straight dran vorbeigelaufen bin? Oder jetzt sagt bloß, das war der auf der Hauptstraße, wo ich gesagt habe, die Hauptstraße gehe ich nicht nochmal ab, weil wir da doch schon mal lang gelaufen sind. Das kann ich mir jetzt fast vorstellen, dass das genau diese Hauptstraße war und ich mich bloß damals auf der Hauptstraße nie so richtig umgesehen habe. Wartet mal. Das war ja gerade ein richtig großes Gebäude und so weiter. Wir gehen mal weiter hoch. Hm. Genau da war ich ja. Da bin ich auf jeden Fall lang, das weiß ich. Wo war ist der denn dann? Hätte ich hier noch weiter... Ich hätte hier noch weiter hochgesollt, oder wie? Ja, das habe ich dann natürlich gar nicht so beachtet, glaube ich. Ah, ich glaube, das ist so ein Ticken außerhalb, wo ich gar nicht mehr gedacht hätte, dass das noch zu Beauclair gehört. Aber gehört das dann noch zum Hafen? Ich glaube, das ist dann trotzdem nicht der Hafen, oder? Nee, aber die Straße sind wir auf jeden Fall langgekommen. Jetzt würde mich bloß interessieren, wo ist denn dann der Zugang dazu? Ach, hier. Okay. Ah, ist hier irgendwo in so einem Hinterhof-Gästchen. Na, sehr schön. Ich will mich bloß hier ganz kurz umsehen. Ja, das ist auch der einzige Zugang. Der einzige Zugang ist so ein Hinterhof-Gästchen. Schade. Das habe ich natürlich übersehen. Aber das hätte man sehen können, wenn man hier ist. Aber hier bin ich, glaube ich, nicht weiter, weil toll. Ich bin, glaube ich, genau bis hier, ne? Oder so in der Richtung. Naja, gut. Ein bisschen traurig. Aber den nehmen wir jetzt noch mit. Ich weiß, die Folge ist lang, aber den Boxkampf nehmen wir jetzt noch mit. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Ja, ähm, warum heißt er denn überhaupt Koloss? Ich meine, der sieht zwar schon mächtig aus, aber... Der Koloss? Interessanter Spitzner. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so gehalten? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Ja, klar, komm, los. So, wir sitzen natürlich... Auf uns setzen wir immer komplett. Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexe, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendier Hosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat doch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na? Bist du bereit? Ich sag mal so, doppelter Einsatz, komm her. Na schön. Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Gut, endlich jemand mit Sportsgeist. Aber Achtung. Laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Meine Damen und Herren, werde Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. Toll. Du bist mir ein Kunde, ganz ehrlich. So, komm mal her. Zack, das war schon Nummer 1. Und du bist zu schnell. Ja, ich hab's schon hingekriegt. Zack, Nummer 2. Zu schnell? Ich hab schon 2 abgeblockt. Und 3. Wow. Du bist echt ein großer, mein Freund. Unglaublich! Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt. Das hat noch keiner geschafft. Er ist ein Anteil. Danke. Oh, nicht schlecht. Um dem Kerlbürste und den Ritter besiegen, den man Stillwasser nennt. Den Ritter findest du in Oldville, nahe der Scharlatanallee. Kerlbürste lungert in den Docks südlich davon herum. Ein interessanter Boxkampf auf jeden Fall würde ich sagen. Und ja, dann denke ich jetzt aber, dann haben wir es jetzt wirklich wahrscheinlich geschafft. Dann sind wir hier, den Teil haben wir jetzt abgeschlossen. Also, ich meine gerade, weil ich das jetzt übersehen habe, kann es jetzt natürlich sein, dass vielleicht hier irgendwann, ich glaube, wir waren sogar hier oben, dass wir vielleicht irgendwo noch was war. ich glaube, wir waren sogar hier unten jetzt, oder? Ich denke mal, wir waren jetzt sogar hier unten. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, werden wir uns beim nächsten Mal, werde ich dann wieder, oder werden wir wieder zum Hafentor und werden dann den ganzen Rest von Buclair noch erkunden. Und ja, schauen mal, was wir da noch so finden werden. Ja, falls wir was verpassen, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin, Ciao.